Verschließ deine Ohren und hör's nicht hin. Dabei wäre Hinhören ein Beginn. Verschließ nicht deine Augen. Versuch nicht einfach nur hinweg zu schauen. Wenn du sie sterben siehst und einfach niemand mehr seinen Verkiss. Herr Scheri, heute wurde offiziell das Borg-Lautorach eröffnet, das neue, sonierte. Was genau wurde weggemacht? Wir haben einen zusätzlichen Trinkenstock bekommen, das hat 1000 Quadratmeter Grundfläche. Das heißt, sechs Klassen extra und Sonderunterrichtsräume, auch Lehrer-Arbeitsräume. Wir haben ein paar Sonderunterrichtsräume im ersten und zweiten Stock saniert bekommen. Wir haben eine sehr schöne Hofgestaltung jetzt erhalten und eine neue Küche, die den Aufenthalt durch das kulinärische Angebot auch untertags sehr angenehm macht. Und für die Schülerinnen und Schüler. Was war denn die größte Herausforderung während der Bauzeit? Manchmal, aber das war wirklich äußerst selten. Es hat so ein bisschen Lärmbelastung gegeben. Wir mussten dann auch etwas Schularbeitentermine so legen, dass nicht unbedingt die Beschreibung oder Boarbeiten laute Veranstaltungen stattdessen wurden. Aber insgesamt haben wir eigentlich das unglaublich gut zusammengekommen, weil wir gut in Kontakt waren mit den Baufirmen, mit der Bauleitung selber. Das hat also ohne größere Probleme geklärt. Vor allem, weil auch die ganz schweren Arbeiten kommen, die in die Sommervorraten werden, wenn die Schule geschlossen ist, verliebt werden. Dabei vergisst jeder, das viele Leid. Verschließt nicht eure Augen. Versucht nicht einfach nur hinwegzuschauen, Wenn ihr sie sterben seht Und dass der halben Welt so grausam geht Wenn Bomben Städte komplett ausradieren Und sollte ein eigenes Leben riskieren Es gibt so viel an Leid Steht endlich auf, es wird höchste Zeit Es wird so viel an Leid Steht endlich auf, es ist höchste Zeit